Freunde, das ist aus der Zeit, als ich im ersten Jahr meines Studiums war. Sobald die Liste der Prüfungen für das erste Jahr veröffentlicht wurde, ging ich zu meinem Chemielehrer und sagte ihm, dass ich in diesem Fach ein Problem hätte. Die anderen Fächer kann ich gut bewältigen. Herr Lehrer, bitte geben Sie mir zusätzliche Kurse für dieses Fach, damit ich mich besser vorbereiten kann. Aber diesmal sieht es so aus, als ob ich durchfallen werde. Als Kunal Sir das hörte, schaute er mich ein wenig an, lächelte und dachte über etwas nach. Dann begann er, es mir zu erzählen. Schauen Sie, Rani, es liegt an Ihnen, ob Sie bestehen möchten oder nicht. Daraufhin sagte sie, Sir, ich möchte unbedingt bestehen und dafür bin ich bereit, alles zu tun. Als er das hörte, lächelte Kunal erneut und sprach weiter auf die gleiche Weise. Falls das der Fall ist, sollten Sie sich um die Prüfung überhaupt keine Sorgen machen. Dafür werde ich Ihnen zusätzliche Kurse anbieten, und Sie kümmern sich um mich, während ich mich um alles andere kümmere. Ich habe nicht ganz verstanden, was der Herr meinte mit, pass auf dich auf. Aber trotzdem habe ich zugestimmt. Dann sagte er, dass du diesmal nicht nur bestehen wirst, sondern auch die Nase vorn haben wirst. Sobald er das gesagt hatte, ging Sir auf Rani zu und schloss den Türriegel. Plötzlich hielt er meine Hand und sagte, Hallo Freunde, mein Name ist Rani. Ich habe einen BSC und bin im ersten Jahr der Party. Ich bin 24 Jahre alt und sehe wirklich sehr schön aus. Alle Jungs im College, sogar der Professor, sind verrückt nach mir. Dennoch konzentriere ich mich mehr auf das Lernen und nicht auf all diese anderen Dinge. Vielleicht ist das der Grund, warum mich alle weiterhin verfolgen. Zu dieser Zeit standen meine Prüfungen kurz bevor. Freunde, ich mochte Kunal auch sehr, und ich war ein wenig schüchtern ihm gegenüber. Aber heute habe ich endlich den Mut gefasst und beschlossen, mit ihm zu sprechen. Sobald der Unterricht vorbei war und alle Mädchen den Raum verließen, begann auch Kunal Sir, hinauszugehen. Ich rief nach Sir, aber er hörte mich nicht. Als Sir mich schließlich ansah, fragte er, Rani, möchten Sie etwas sagen? Doch anstatt zu sprechen, stand ich nur mit gesenktem Blick da. Dann blickte meine enge Freundin plötzlich zu Sir und sagte, Rani steht wegen ihrer Chemiearbeit unter erheblichem Druck, da sie in anderen Fächern stets eine Spitzenreiterin ist. Doch bei Chemie hat sie Schwierigkeiten und möchte es unbedingt bestehen. Du bist der Einzige, mit dem wir ehrlich darüber sprechen können. Mein Freund Kajal wollte gerade sprechen. Doch der Lehrer nahm nur mich dran und ich stand mit gesenktem Blick da. Kajals Stimme erreichte ihn, aber seine volle Aufmerksamkeit war bei mir. Dann sagte Kajal etwas lauter, Sir, ich möchte Ihnen etwas sagen. Der Lehrer antwortete beiläufig, was kann ich dabei tun? Das Resultat spiegelt Ihre Vorbereitung auf Ihr Studium wieder. Herr, wenn die Vorbereitung so ausgezeichnet war, warum sollten wir dann überhaupt das Gespräch mit Ihnen suchen? Herr, wenn das Resultat nicht zufriedenstellend ist, wird es erhebliche Verluste verursachen. Verstehen Sie einfach, dass der Faden seines Lebens nun in Ihren Händen liegt. Kajal setzte sich mit ihrer ganzen Hingabe für mich ein, doch Tränen füllten meine Augen und sobald Kajal mein Weinen bemerkte, fanden meine Tränen den Weg zu ihrem Gewebe. Und tröstete ihn und umarmte ihn, der Herr nahm seine Sachen und verließ das Zimmer mit den Worten, dass er etwas Gutes tue. Nachdem er gegangen war, tröstete mich Kajal und sagte, mach dir keine Sorgen, ich weiß es sehr gut, mein Herr, alles wird gut. Nachdem Kajal das gesagt hatte, fühlte ich mich zufrieden, und auf ihrem Gesicht zeichnete sich Glück ab, und dann sagte Kajal, okay, was machst du morgen? Ich meine, komm morgen zu mir nach Hause. Ich werde den Herrn auch zum Tee anrufen und wir können uns gemütlich unterhalten. Als ich das von Kajal hörte, sagte ich sofort, dass die Arbeit erledigt wird. Kajal meinte, mach dir keine Sorgen. Ich habe viele großartige Dinge von Söhr gelernt und weiß, wie man Dinge erledigt. Folge einfach meinen Anweisungen und Teeu, was ich dir sage. Okay? Als beide herauskamen, war mein Bruder bereits dort, um mich abzuholen. Kajal verabschiedete sich freundlich von mir und ich ging von dort weg. Am Abend rief Kajal mich an und bat mich, mit meiner Mutter zu sprechen. Ich fragte neugierig, warum? Also sagte sie, es gäbe etwas Arbeit. Als ich Mama anrief, sagte Mama nach einiger Zeit, Rani, geh morgen zu Kajals Haus. Er muss etwas von dir verstehen. Ich verstand, dass er etwas zu Mama gesagt hatte und rief mich mit einer Entschuldigung an. Also habe ich auch ja gesagt und war sehr glücklich. Ich begann damit, auf den nächsten Tag zu warten. Freunde, in Kajals Haus lebte niemand sonst, denn sie wohnte hier ganz allein, und das in einem gemieteten Haus. Am folgenden Tag machte ich mich früh fertig und ging zu Kajals Haus. An diesem Tag trug ich einen sehr hellrosa Anzug und sah so wunderschön aus, dass jeder, der mich sah, verrückt werden könnte. Als ich bei ihrem Haus ankam, bereitete sie Tee für mich zu, nahm die Tasse und stellte sie vor den Fernseher. So begann unser Gespräch. Kajal sagte scherzhaft zu mir, dass heute sogar der Gott von Kunal, Sir, verrückt werden würde, nachdem er sie gesehen hätte. Und wird zu nichts Nein sagen. Freunde, während wir uns unterhielten, klingelte es nach einer halben Stunde an der Tür. Als Kajal die Tür öffnete, stand Sir vor ihm und hielt ein großes Päckchen in der Hand. Sobald Kajal hereinkam, fragte sie, was in diesem Sir sei, und dann sagte er, dass er Samosas für euch mitgebracht habe. Bringen Sie es schnell auf einem Teller an. Sehr hungrig. Beide unterhielten sich, als ob sie sich jeden Tag in diesem Haus trafen. Es gab keinen sichtbaren Unterschied zwischen diesen beiden in Bezug auf Schüler und Lehrer. Dabei war es auch eine Realität, dass sie sich einmal pro Woche trafen. Denn die Familie des Herrn musste zu Kajals Haus kommen und gehen. Die Frau des Herrn wirkte im Verhältnis zu Kajal wie eine entfernte Tante. Deshalb kamen Herr und seine Frau oft hierher. Dann sagte Kajal, Herr, schauen Sie, wer vor Ihnen erschienen ist. Das schönste und coolste Mädchen an unserem College. Freunde, als Sirs Blick auf mich fiel, schaute er mich weiter an und starrte nur noch mich an. Kajal bemerkte dies, als Sir mich weiter anstarrte, rief Kajal plötzlich laut, Sir, höher auf. Das ist es, Sie werden nirgendwo hingehen, bleiben Sie ruhig. Als ich das hörte, schämte ich mich ein wenig, wandte den Blick ab und ging hinein. Dann kamen beide ebenfalls herein. Kagatz ging schnell in die Küche und brachte Samosas. Dann essen wir alle drei gemeinsam. Kajal und Sir waren seit drei Jahren Freunde am Strand. Der Altersunterschied zwischen ihnen war nicht groß, doch nun hatte Kajal einen neuen Freund gefunden und wollte nur ihn heiraten. Sie hatte Sir jedoch versprochen, ihm ein Geschenk zu machen. Dieses Geschenk war ich, denn Kajal hatte oft bemerkt, dass Sir großes Interesse an mir hatte. Als ich Sir sah, war ich zunächst etwas besorgt, aber dann fasste ich Mut und begrüßte ihn. Rani saß still da, aber nachdem sie die Karotte gesehen hatte, änderte sich das. Als er sein Gesicht betrachtete, schien es, als hätte er jetzt nur noch eines im Kopf, wie sollte er mich vorbereiten, damit er zustimmt, mit Sir befreundet zu sein. Kajal stellt diese Samosas auf den Tisch und sagt, Rani, keine Sorge, ich habe bereits alles mit Sir besprochen. Jetzt heißt es nur noch in freundlicher Atmosphäre plaudern. Nachdem er Samosas gegessen hatte, nahm Kajal die Utensilien und sagte beim Verlassen, ihr solltet beide klatschen. Ich werde die Knöpfe reinigen und zurückkommen. Ich sah Janman mit gesenktem Kopf an. Und der Herr saß da, den Blick auf sie gerichtet. Lange Zeit herrschte Stille zwischen uns beiden. Und beide konnten über nichts reden. Inzwischen ist auch Kajal angekommen. Hat er bemerkt, dass wir immer noch da saßen, ohne ein Wort zu wechseln? Das Gespräch zwischen uns hat am Strand noch nicht begonnen. Also sagte jemand, der mir sehr nahe stand, zu Agdi, wenn du so schweigst, wie soll die Arbeit dann jemals erledigt werden? Also sagte ich ihm, dass ich sehr schüchtern sei. Ich rede allein mit dem Herrn. Als Kajal seine Worte hörte, stand er auf, ging auf Sir zu und sagte, Sir, wenn Rani schüchtern ist, sollten Sie anfangen zu reden. Und als sie das sagte, verließ sie den Raum. Dann ging der Herr und setzte sich neben mich und sie bekam plötzlich Angst. Als Sir mich ansah, sagte er, dass sie ihn so in Verlegenheit bringen würden. Sie sagte, Nein, Sir, so etwas gibt es nicht. Also begann mein Herr zu sprechen und nach und nach wurde auch ich normal. Dann begannen wir beide zu reden. Als der Herr bemerkte, dass ich völlig normal geworden war, nahm er meine Hand in seine Hände, während er sprach. Plötzlich überkam mich die Angst, ich schaute den Sir kurz an und senkte den Blick. Als der Herr volles Vertrauen von mir hatte, entschied er sich, weiterzugehen. Langsam legte er seine Hand auf meinen Penis, während seine Augen auf meine Eier gerichtet waren. Dann zog er mich zu sich heran und begann, genau das zu tun, was immer er tun wollte, ohne zu zögern. Und ich habe auch angefangen, ihn dabei zu unterstützen. Irgendwo mochte ich ihn auch. Wann immer der Herr etwas mit mir unternehmen wollte, kam er und ich übertrumpfte damit das gesamte College. So Freunde, das war unsere Geschichte heute, wie hat es euch gefallen? Bitte geben Sie Ihre Meinung ab. Wenn Ihnen meine Geschichte durch einen Kommentar gefällt, liken Sie bitte das Video, teilen Sie es und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns in einer neuen Geschichte. Danke Freunde.